Dizentgeteven Aluriaksamara nemajahnlott. Kraft, Ausdauer, Entkleidungstechnik – ich bereite mich auf jeden Einsatz genau so intensiv vor, wie man Profi spielt. Meine Kunden wollen Sport wetten. Flitzen ist Sport. Es geht darum, wie lange der Flitzer auf dem Spielfahrt bleibt. Auf das können doch deine Kunden wetten. Deine Idee ist geistig behindert. Fifty-fifty. Fifty-fifty. Die Flitzer-Blog nimmt Ausmassen an, die wir nicht mehr tolerieren können. Damit wird unseren ganzen Fussball verarscht. Die grösste Wahrscheinlichkeit haben wir sie nicht mit einem Entzeltaten zu tun, sondern mit einer organisierten Banden. Unser bester Mann – fünfter Dorn. Ist das nicht ein Klippertreiber? Wenn's dummlaufen, lieber verdammt viel Cash. Manchmal musst du einfach mutig sein. Unglaublich, unfassbar! Jetzt machst du den Propeller. Der was? Du weisst schon. Wenn du nicht hier abantes. Ich weiß nicht was, rupert sich als Dorn. Dornen kann ich mich auch nicht selber machen. Ich habe aber gesehen, wie du zufrieden und fluch. Du weisst. Vielen Dank.